Hey Freunde, hier ist wieder der Timabon und herzlich willkommen zu einer Einfolge von Bendy and the Dark Revival. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge bin ich fast an einem Herzinfarkt gestorben, wegen dem vierten Charakter, der bei Bendy hinzugefügt werden sollte. Schalte ich das einmal mal an und ja, auf jeden Fall sind wir hier jetzt in einem Art Schlafraum. Hier kann ich rein. Hier drinnen ist nichts, also ein paar Heal-Automaten. Wir hoffen, wir uns kurz was zu essen, damit wir uns hellen können. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe jetzt gerade. Anklats, hot coffee. Uh, da ist einer. Wilson hat gelogen und er weiss nicht deinen, deine Bestimmung. Definitiv weiss er das nicht. He said the ink demon was dead, but I saw him. I did. Ja, aber wir banden dich jetzt weg. Du wirst gar nichts mehr sehen. Gehen wir mal hier hoch und sehen uns mal an, was es hier so gibt. Hat uns jemand bemerkt? Ich glaube nicht. Okay. Hier flackert das Licht ziemlich stark. Ah, hier kann ich mich verstecken. Okay, sehr gut. Gehen wir mal weiter. Ein paar Bücher. Was ist da hinten? Ein Card Exchange, also ein Chant Card Exchange, aber den haben wir ja schon. Also wir haben ja noch eine Chant Card, also. Was ist das hier? Mit dem können wir, glaube ich, einen Kran bewegen, ne? I put the crane keys in the lost and found office. Ich habe die Kran-Schlüssel ins lost and found Büro, also ins verloren und gefunden Büro gebracht. Some dope keeps leaving them out. So ein Idiot lässt die immer liegen. Man, man sie dann. Okay. Oh! Ey, diese Drecksspinne, Mann. Da kommt noch jemand. Möchte eigentlich jetzt nicht mehr gerade im letzten Moment gesehen. Kann ich diese Spinne töten? Weil ich kann sie hitten, aber... Er ist stehen geblieben. Natürlich hat er mich gemerkt, ne? Ich muss unbedingt nach unten hier. Etwas zu essen, kaufen. Oh, Jackpotte! Nice, nice, nice. Ich will eigentlich kurz noch über den obersten Stock laufen und schauen, was hier noch alles ist. Hier sind auch noch Sachen zum Essen. Das ist sehr gut. Was haben wir hier sonst noch? Kann ich mich verstecken? Kann ich noch durchsuchen? Aber hier ist... Ah, doch! Hier ist noch ein Ding. So ein Gent-Toolkit, aber sonst ist hier oben nichts mehr. Irgendwer hammert hier rum. Haben wir hier noch was? Ne. Da können wir uns verstecken. Da packt eine Tür. Da ist nichts drin. Sauna. Ja, die können nicht in die Sauna. Ist das hier das Lost and Found-Büro? Gott, diese lange Gang passt überhaupt nicht. Und es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Oh, Lost and Found! Aber das ist zu. Können wir sicher in mittleren Gebäude umstellen? Habe ich irgendwie das Gefühl, weil dort waren wir ja noch nicht. Was? Ah, dieses Shams-Kings! Oh Gott, wir haben uns zu Glück überlebt. Das war knapp, du. Hier ist noch ein Platz. Ich komme einfach alle zu rennen. Hier ist noch ein Slug. Hier ist noch ein Tape. Irgendwas, was mit Joey ist los. Senden wir uns das mal an. Joey, After Hours. Joey happened to notice last week just how long it takes some of us employees to get home every night. Joey hat bemerkt, hat letzte Woche bemerkt, wie lange wir Mitarbeiter haben für nach Hause zu gehen, jeden Abend. Und when you add in the traffic and waiting for the elevator, you practically only go a few hours before you have to wake up and come back. Wenn du in den Berufsverkehr kommst oder auf den Lift warten musst, bist du praktisch nur ein paar Stunden, bevor du wieder aufwachen musst und wieder zurückkommen musst. Bist du erst ein paar Stunden zurück... Warte kurz. Äh. So Joe hat dem Bild Artists Rest for us. So hat Joe Artists Rest, also Artists Ruhe, für uns gebaut. Now we never have to leave work again. Jetzt brauchen wir nie mehr die Arbeit zu verlassen. Joe sagt Joe, So, well, I'll damn, damn it, because it's become quite to hang out spot down here. Well, tja, it's, it's become quite to hang. Es ist ruhig geworden, hier unten, es ist Gott verdammt noch einmal ruhig geworden, hier unten abzuhängen. Almost like its own little district, fast wie ein kleiner Kampf, Streit unter sich selbst. But there's definitely be some unsavier stuff going on too. Smoking, gambling, loud parties, you name it. But there's definitely some... There's definitely some... there's definitely... There's definitely... ...mache unsicherer... Unsichere Sachen am Laufen. rauchen spielen laute parties du sagst es at all hours of this night sometimes at all in an allen stunden in der nacht manchmal for a place that's all about getting some shut eye für ein platz zum zum augen zu tun der schule ist a lot of noise around hier dass sicher ein da ist sehr viel lärm hier herum sorry falls ich es nicht so deutlich übersetzen kann es ist nicht so einfach englisch zu verstehen und zu lesen ist einfach aber es jemandem vorzulesen dass er es versteht ist ein bisschen schwieriger darum entschuldigt mich bitte wir können die sauna wir können die sauna öffnen die sauna war ich möchte eigentlich die banischen für ein bisschen leben bitte dreht dich gerade nicht um bitte dreht dich nicht jetzt um du gehst zurück in einem flugzeug die sauna ist offen okay was gibt es hier sicher sicher ein jump scare weil es gibt das ist ein zettel ein handgeschriebener das ist wieder ein buch auch ein chant key nehmen wir sehr gerne mit ein paar extra materialien oh es ist lachs sonst ist dann nichts okay gehen wir hier rein ich fühle mich ein bisschen unsicher hier drin aber wo fühlt man sich schon nicht unsicher in diesem spiel wir leben nicht für immer wenn wir wenn wir wenn wir getötet oder auseinandergenommen werden oder disease krankheiten unsere seelen zurück in die tinte rufen und die seelen um neu geboren zu werden. An unending cycle of torment. Ein unendlicher Zyklus aus, wie sagt man, ähm, Alter. But sometimes something even worse can happen. Aber manchmal etwas Schlimmeres kann passieren. A soul can slip from the ink completely. Eine Seele kann slip ausrutschen. Auf der Tinte komplett. It gets coughed between worlds, unable to die or return. Es wird gefangen zwischen den Welten. Unfeich zu sterben oder um zurückzukehren. They wait in the night. Sie warten in der Nacht, drifting in shadow. Äh, bewegen sich in den Schatten. The phantoms of the machine. The ghosts. Die Phantoms der Maschine. Die Geister. Ey, au, Alter. Die Drecksack. Boah. Hier steht noch gerade einer um die Ecke. So, ich möchte ins Gebäude rein. Und den Knopf, da ist sogar schon wieder einer hineingekommen. Lost and Found ist jetzt geöffnet. Bitte geh einfach an mir vorbei. Kann ich die Kasse hier öffnen? äh, ich glaub das war Gott der Spiel hatte gerade ein bisschen Probleme damit, dass ich die Kasse geschlagen hab das ist ein Shent Upgrade Station die aber nicht funktioniert wieso funktioniert die denn nicht falsche Seite aber kaufen wir trotzdem noch ein bisschen Heilmaterial sehr gut äh wo war nochmal Lost and Found war das hier? ne da sind wir hergekommen, Lost and Found war hinten wir sind hinter der her mal schauen ich möchte die banischen weil die hier gerade ah da wurde es gerade erwähnt der hat sich im Schatten bewegt also jemand der zwischen den Welten steckt du wirst verponnt okay, Lost and Found ja, Lost and Found ist offen sehr gut, sehr gut, sehr gut sehr gut, sehr gut okay sind auf jeden Fall durch da ist nichts das ist die Tür wenn wir nicht öffnen wieso kann ich die Shents nicht oh, das ist ein Shent Upgrade Plan hallo ich richte hier auch danke ah, man muss die Upgrade Plane finden für die das Shent abzugraden aber sollte hier nicht ah, hier ist der Schlüssel danke hoffen wir mal der bricht nicht gleich ab bitte, wir können das Shent Upgrade bitte, 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 bitte nein, es fällt okay, uns fehlen zehn Schrauben und vier von diesen Toolkits wir bräuchten eine Shent Kiste aber ich finde die nicht mehr also in einem Grund das ist ein bisschen belastend gibt es hier keine? ne so wie es aussieht nicht so, wir können jetzt auf jeden Fall zum Kran hoch oh gehen wir mal los i wie ist ein tot yes joh, wie sieht der Aus Bruder, dieser Drecksack! Er beiß dem Typen einfach den Kopf ab! Ich glaub's ja nicht! Er beiß dem Typen einfach den Kopf ab! Ich hab gerade irgendjemand gehört reden. Und ich höre sie auch rumlaufen, das passt mir nicht ganz. Was willst du jetzt, Wilson? Es ist gelogen! Lügen wir weiter! Your friend Wilson will protect you! Wilson hat jetzt gerade wieder gelogen, dass er den Ink Demon getötet hat. Und dass jetzt gerade Gerüchte herumgehen, dass hier in Archie's Rest der Ink Demon rumläuft, was er auch wirklich tut. Und jetzt laufen gerade Gerüchte herum und er sagt jetzt einfach wieder, er habe den Ink Demon getötet. Aber das ist komplett gelogen! So, jetzt kommt da der Einze. Den verbannen wir jetzt dann. Ich hab immer das Gefühl, jetzt kommen dann gleich hier einer um die Ecke. Wenn ich panischen kann, ich sehe den Schatten! Er dreht sich natürlich in unsere Richtung! Oh, ein Ding geht! Oh, ney! Wie heißt der? So, hoch hier! Da läuft noch einer. Da läuft noch einer. Okay, sehr nice. Die hornen uns einfach nicht. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Wir laufen nur weiter... Komm her! Sehr gut! Oh, shit! Oh, noch gerade geschafft! Plötzlich kommt dieser Drecksack einfach. Ja, moin! So, stecken wir die Schlüssel ein. So, wir ziehen den Schalter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Sicherheit! Sehr gut! Oh Gott! Liegt da unten noch was spannendes? Ne, die gehen einfach alle weg, die Boxen. Äh, wir müssen da hoch. Okay, das hat geklappt. Man kann da rüber. Das sieht spannender aus. Kann ich da? Kann ich. Was ist das? Eine Erinnerung. Bits Brotters. Engine Oil. Wir haben eine Erinnerung bekommen. Durch das lesen wir natürlich nach. Äh, die Erinnerungen sind hier. Engine Oil. A Tin of Engine Oil. Eine Kanne mit, äh, Motoröl. Usually stored near the garage. Natürlich, äh, meistens gelagert in der Nähe der Garage. Many road trips and Sunday drives benefited from this. viele road trips, also Strassenausflüge. Und Sonntage fahren beneath unter die mit diesem, mit diesem Öl. So gesagt. Hätte ich jetzt gesagt. Yes, wir sind wieder drauf. Sehr gut. Wir müssen wieder kurz warten. Ich hätte gerne so einen Gent Case. So einen Gent Schrank. Aber ich habe bis jetzt keinen gefunden. Leider, aber... Shit. Das ist nicht gut. Komm schon Feigheit, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Wir müssen da hoch, wir müssen da hoch. Okay. Es ging ein bisschen schief. Einfach rennen. 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 So, das haben wir auf jeden Fall wieder geschafft. Es war ein bisschen knapp, aber wir haben es... Da hoch, bitte. Danke. Und jetzt aber richtig da rüber. So, jetzt rüber. Oh, wir stehen auf dem Raum. Das war knapp. Wir haben es. Hätte ich gesagt. Wir sehen uns... Ich drück lieber auf Pause. Weil sonst kam der Ringteam. Beim letzten Mal, als ich eine Abmoderation gemacht habe und am Ort begonnen bin, kam der Ringteam. Das war ein bisschen knapp. Aber ich hätte gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und vorher setzen unser Abenteuer das nächste Mal fort. Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Zusehen. Schau doch mal an meinen anderen Projekten vorbei, die Brook Galactic, Horizon Zero Dawn oder FNAF Theory. Und dann ehrlich gesagt... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.